Ja, moin meine lieben Freunde, was geht ab, Ben bei der Abendschlüssel? Herzlich willkommen zur einzigartigen Ben bei der Show. Moin, was geht? Freunde, heute geht's wieder rein. Ich geb heute wieder mein Bestes. Und zwar versuchen wir heute die K auf Gold zu bekommen. Ja, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und fit und habt auf jeden Fall Bock. In diesem Sinne würde ich erstmal sagen, das Video geht los. Genießt die Scheiße. Freunde, seid kein Dominik Gummi. Euer Ben Moide. Aktiver Dude, Digga, aktiver Dude. Kann sich Kev mal eine Scheibe von abschneiden. Der war damals auch ein bisschen aktiver, der süße Spatz. So, ähm. Äh, äh, hä? Das ist K.O. Ich geh aufs Dach, Kev, kommst du mit? Ich würd gern auf die LC10 aufleveln, Digga, das würd ich auch gern nochmal machen. Ah, einer ist auf dem Turm, pass auf, Kev. Äh, ich bin unten dran. Ja, alles gut, mach entspannt. Auf dem Turm ist K.O. Auf dem Turm ist K.O. Ich guck mal hier nach unten. Hier unten ist einer. Einer down. Scheiße. Der ist down, aber der ist nicht gefinished, leider. Scheiße. Der liegt hier unten. Down, down ist noch einer. Nice, Digga, nice. Ich weiß nicht, ob der hier gestorben ist. Unter uns, unter uns. Warte, lass, 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 lass. Boah, Digga, nicht so lange Piekenkeule. Ja, jetzt kommt die Zone, Digga. Nicht so lange Piekenkeule für's nächste Mal. Das ist mir vorhin nur noch einer. Ja, warte, warte, ich will ihn trickshotten. Lass mich dir noch versuchen zu trickshotten. Warte, ich weiß, wo der ist. Ja, ich will das noch unter mir. Ja, er wird wieder nicht getroffen. Der ist hier, Cap. Ist das ja Houdini, oder was? Ah, nee, der ist hier. Tot, jawoll. Nice. So läuft das, Freunde. So muss das nochmal sein. Schön. Es geht eine Träne auf Reisen. Okay, let's go. Äh, Karabiner, nein. Hier, M4. Der, ja, 449 Euro, wollt ihr mich verarschen? Oder was haltet ihr von der M4A1? Oh, sehr, sehr schöne. Alter. Ja, die müssten wir eigentlich haben, ne? Weißt du, ist ja auch noch fast die Schwester oder der Bruder von der M4A1. Ich hoffe, ich bin mit dir runtergegangen. Gegenüber ist einer reingekommen. Einer ist down. Ja, ja. Pomp. Hier sind Gegner bei mir, Jungs. Komm mal wieder her. Einer ist down. Einer ist down. Kommt her. Kann ich da hin? Nee, mal schauen. Vielleicht weiß ich nicht. Sind die oben auf dem Dach, oder wo sind die? Ja, nee. Nee, eigentlich sind die da drin. Oben auf dem Dach. Ganz oben. Wo sind die denn? Ja, ich hab einen. Ganz oben auf dem Dach. Ja, ich push die von hinten. Ich hab einen gesehen. Einen hab ich. Ich hab ein oder zwei noch. Junge. Ja, okay. Er rutscht einfach so raus und holt mich easy. Geil. Korrekt. Er ist der Beste. Nee, nicht wahr. Nicht wahr. Kev Ehrenmann, Digga. Ich hab ein Träger. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's hier los. Auf dem Dach waren die irgendwo. Kev on the roof. Daneben. Ja, da ist ein komplettes Team. Hä? Hä? Zwei Leute K.O. Nein. Ach man, komm schon. Vier Leute K.O. Vier Leute K.O. Barry, die liegen da alle. Unterwegs. Tod. Ja, jetzt werde ich auch noch. Ja, Ari, bist du in der Luft? Ja, ich hab noch raus. Wenn du hinter dem Turm bist, dann musst du aufpassen. Da sind ganz viele Jungs. 50 Meter und mein Harber ist auch noch. Da, den Jungs, da hinten. Versuch mal hinten hoch zu gehen. Hier ist einer K.O. auf dem Dach. Einer K.O. auf dem Dach, Jungs. Ja. Nein. Nein. Digger, der wurde gefinisht. Ganz kritische Lobby. Ah, ich hab keine Munition. Lad doch nach, du Spasti. Wow. Ja, der war gut, Digger. Der war gut. Fühl ich, fühl ich. Ah. Nee, ich bin der. Oh, nee. Nee, nicht wahr. Nee, nicht wahr. Doch. Hey, come on. Ja, ich mach's auch. Das Gas weist. Schau aus. Sicherheit. Zone verlegt. Nein. Nein. Digga, ich bin so schlecht. Nein, die Gegner sind einfach nur zu gut. Nee, die sind nicht gut, Digga. Ich bin überlebt. Ah, ist deaktiviert. Scheiße. Was? Nein, du kommst da. Nee, ist leider deaktiviert, Digga. Ja, AK-Sin und Fetzen. Ich kann jetzt nur noch hier unten rangehen. Die schießen auf mich. Und auch für's Beste möglich brauchen. M4Block. Software, elektrisch. Ach, Digga. Ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß elektrischen. Die sind so scheiße. H4Blocker. H4Blocker. Ist doch der Gas betrieben. Ein besser Gas betrieben, Shad, ne? Ich frau dich wieder. All den Arsch teuer. Die kann man gar nicht bezahlen. Ja, pfuh. 350 Gas betrieben. Hier ist eine M4A1 richtig geil mit Gas-Blowback. Aber wofür füllt man das Gas ein? Das ist jetzt wieder die Frage. Wahrscheinlich ins Magazin. Weil dann ist es wieder scheiße. Ja, Gas-Blasse, Magazin. Green-Gartig. Ich fahle ich auf Euromann-Fahrschen. Mach ich sogar. Ja, ich guck da. Also ich schaue da mit keinem Beweistlichen. Ich denke, ich hab. Jo, Digga. Was kommt noch nicht zu? Ja, nice Cap, Kuss. Äh, so. Kann ich irgendwo zum Shop, Jungs? Ist der Shop clean? Kann ich da hin? Nein. Nein? Mhm. Ich muss es probieren. Die sind da unten drin? Ja, danke. Ja, ich bin kurz vorm Sterben. Warte kurz. Die sind da unten bei den Duschen. Ja, ich bleib hier. Ja, die campen die Tür ab. Ja, ja, sollen sie machen. Ist mir ja nicht... Hätte ich gesagt, Wumpe. Oh, geil wäre, wenn man jetzt hinter die gekommen wäre, ja? So wie ich. Aber dann schild's uns rechst du sie da hinten. Ja, noch ein Gebehalten. Ja, ja, ich hab ihn geholt. Ja, ha, 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 geil geht. Kuss, Kev, Digga. Kuss, Mann. Ey, dank Kev. Dank, dass er mich wieder gekauft hat. Ich schwör, dadurch haben wir den Win. Nice, Ted, Alter, geil. Zwei Winns heute auf entspannt. Cool. Bockt. Freunde, das war ein Stream, sag ich euch. Freunde, wenn ihr sagt, ihr wollt auch mal mitspielen, dann ist das gar kein Problem. Einfach nur ein Follow da lassen und dann einfach einmal ein Ausrufezeichen. ID. Und dann kriegt ihr meine ID und könnt mich adden. Und dann könnt ihr auch mitmachen. Jetzt hätte ich fast gespuckt. So, Freunde, in diesem Sinne, wenn euch das Stream gefallen hat und vor allem das Video auch, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Und gerne bewerten und kommentieren nicht vergessen. Würde ich mich drüber freuen. Und gerne auch mal auf Twitch vorbeischauen und mir da folgen. Und gerne auch mal mitzuspielen. Freunde, das war es von mir heute Abend. War ein mega geiler Stream. Danke für euch. Ich muss nochmal Danke sagen für euren Kassen Support, dass ihr alle immer zuschaut. Und hier und da, das ist halt nicht selbstverständlich. Ich feiere das unnormal und das werde ich auch immer, weil ganz ehrlich, es ist einfach cool, wenn man merkt, so andere Leute haben den selben Spaß, den ich auch habe, dabei und das rüberbringe. Und vor allem das Teamplay, das ist am allerwichtigsten. Das möchte ich halt mit weitergeben als, 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 oder das möchte ich halt, das möchte ich halt rüberbringen. So, das ist mir ganz, ganz wichtig. Freunde, in diesem Sinne, ich bin raus. Der Leitsatz oder beziehungsweise der Schlusssatz ist einfach der Wein. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist wie ein guter Wein. Der wird nicht alt, der reift. Also, seid kein Dummi, nehmt ein Gummi und bis morgen. Bussi. Bussi. Bussi.